Sie wollen außerdem an den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht? Mein Lieblingsgedicht ist ... Da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein.